Mein Name ist Marvin Urban, ich bin 30 Jahre alt, seit 2009 bei der Firma Dörken beschäftigt und bin verantwortlich für das Business Controlling. Worum geht es in meinem Job? Es ist mehr oder minder eine Mischung aus qualitativen und quantitativen Dingen. Quantitativ unter anderem Beteiligungscontrolling unserer Gesellschaften in China, Korea und den USA. Es geht aber auch um Planung, Forecast und Wirtschaftlichkeitsberechnung sämtlich Art und Weise. Und im qualitativen Teil geht es mehr darum, Sparring zu sein für die Geschäftsführung, Strategieentwicklung mit voranzutreiben und auch dafür da zu sein, das Unternehmen aktiv voranzutreiben. Ja, was macht Dörken für mich so speziell? Warum bin ich hier? Unter anderem wir bewegen uns in einem dynamischen Markt der Automobilindustrie, aber ihr könnt mir glauben, wir sind noch wesentlich dynamischer unterwegs und das ist einfach schön zu sehen, wie die Leute sich entwickeln, wie das Team sich entwickelt, wie der Spirit immer mehr über uns kommt. Wir haben eine Vision vor Augen, jeder Erfolg dieser Vision und das macht uns erfolgreich. Wie ist das? Ansonst Liquid